Es gibt keinen Sinn für das, was ihr tut. Moor hat keinen Plan und Moor will nichts mit diesen Räubern. Moor wurde das Herz gebrochen. Er wurde von seinem Vater verstoßen und er glaubt, nur weil er nie mehr glücklich wird ohne seine Amalia, darf auch niemand sonst glücklich sein. Und euch geht es genauso. Verräter! Wie ich dich ertappe! In eben dieser Laube! In eben dieser Laube beschwor er mich! Keine anderen liebe! Amalia! Wenn er sterben sollte! Siehst du, wie gottlos, wie abscheulich du dir aus meinen Augen! Amalia, du liebst ihn gar nicht! Der sag ich! Du liebst mich! Ich verachte dich! Das, was zwischen uns beiden passiert ist und passiert wäre, kann niemals so groß sein wie das, was ich mir erwarte. Also lass mich doch hier sein und trauern! Lass mich an einen Karl glauben, der mich verstanden hat, den ich verstehen konnte! Manchmal glaube ich ja, dass es etwas anderes geben müsste, als all das hier! Und dann gibt es doch nur immer und immer und immer und immer wieder all das hier! Das bleibt! Denke ich nur einen ganz, ganz kurzen Moment an all die Schmerzen, die ich in diesem Bett gehabt habe, als ich neben dir lag! Und dein Rücken kälter war als die Schatten, als die ömischen Kalbenwälder! Wenn sich die Sonne sinkt, dann muss ich doch begreifen, dass ich das nicht noch einmal will! Dass ich das alles nicht noch einmal will! Du verstehst mich nicht, Amalia! Amalia, du verstehst mich nicht! Du verstehst mich einfach nicht! Sagt mir einmal, wenn ihr diesen Sohn nicht den Eurigen nennen müsstet, ihr wärt ein glücklicher Mann? Franz, Franz, was sagst du denn da? Liebt ihn nicht mehr, so ist dieser Abba doch euer Sohn nicht mehr, und wehr er euch aus dem Fleisch in die Schmerzen! Ich soll meinen Sohn verfluchen! Ich bin nie ein gemeiner Wörter gewesen! Manchmal, ganz am Ende der Nacht, wache ich auf und denke, dass da jemand weint! Dass da ein Kind weint zwischen den Palmen! Ich blicke mich um, aber ich kann es nicht entdecken! Ich kann es nicht sehen, um mich herum nur Nebel, das frische Sonnenlicht und die Stämme von tausend Palmen! Und dann verstehe ich auch, warum es weint! Wie ist das? Das respondsigt, dass sie für mich nur Nebel und der Lekker überrascht! Und dann lasst mich auf und meine Zuhause!